So was muss man auf jeden Fall mal mitgemacht haben, so eine Cheaptour durch die Wüste. Ich bin der Hubert, ich zeige euch alles und immer schön unten auf gefällt mir klicken, dass ihr auch die weiteren Videos seht. Ihr müsst das einfach mal erlebt haben. Schaut die Mädels an, das müsst ihr erlebt haben. Es ist so genial.